Technologie entwickelt sich schnell weiter, als man mit ihr Schritt halten kann. IT-Fachleute auf der ganzen Welt haben Schwierigkeiten, scheinbar einfache Fragen zu ihrem IT-Bestand zu beantworten. Wem gehört welches Gerät? Wie viele Softwareinstallationen haben wir von welchem Anbieter? Wir beobachten ein ungewöhnliches Verhalten von einer IP-Adresse. Woran liegt das? Bin ich mit der DSGVO vollständig konform? Welche Geräte müssen nächstes Jahr ausgetauscht werden? Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein universelles IT-Asset-Dateninventar, das all diese Fragen beantwortet. Die Unterstützung jedes IT-Szenarios mit genauen, zuverlässigen Daten und einem stets aktuellen Inventar klingt wie ein Traum? Lassen Sie sich von Lansweeper überraschen. Lansweeper erkennt und identifiziert automatisch jedes Asset in Ihrer Umgebung. Abhängig von den gefundenen Asset-Typen rufen wir alle wichtigen gerätespezifischen Hardware-Informationen sowie eine umfangreiche Liste der installierten Software- und Benutzerinformationen ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihre Assets vor Ort, in der Cloud, physisch oder virtuell vorliegen. Lansweeper scannt Sie alle zuverlässig. Globale Unternehmen können mehrere geografisch verteilte Standorte in einer einzigen Übersicht zusammenfassen. Mit unserer Cloud-Erweiterung können Sie von jedem Ort und zu jeder Zeit sicher auf Ihre Daten zugreifen und so auch entfernte Standorte zentral verwalten. Nutzen Sie das API-Framework von Lansweeper, um Ihre CMDB automatisch zu befüllen, einen exzellenten Service-Desk aufzubauen, Warnmeldungen zu Cyber-Security-Vorfällen zu verbessern und vieles mehr. Unabhängig von Ihrem IT-Szenario liefert Ihnen Lansweeper präzise Daten und verwertbare Erkenntnisse zu Ihrer Technologieumgebung. Lansweeper – probieren Sie es jetzt aus!